Servus Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play Black Ops 2 Zombie Modus. Wir spielen auf Green Run in der nördlichen Hemisphäre und wir überleben natürlich gegen die Zombies. Wir haben uns jetzt schon zweimal eingespielt. Ich habe gestern auch noch mal mehrmals diesen Modus gespielt und er bockt sich einfach ziemlich, auch zum Aufnehmen. Und ich habe hier auch den Julian als Gast dabei. Guten Tag. Den kennt ihr vielleicht noch von alten Brickfoss Let's Plays. Und ja, er hat bis jetzt noch nicht so viel gezockt und er ist auch ein richtiger Noob in diesem Game-Mode. Ja. Ist aber, naja, ist jetzt nicht so schlimm. Noob ist ja eh gar nicht. Wir werden schon überleben, also diese Map ist ziemlich gut. Macht auch ziemlich viel Spaß. Wir haben vorhin versucht Transit zu zocken, aber unser Team war einfach total inkompetent. Einer war FK und der andere Spast hat die ganze Zeit gecampt. Und Exilny ist einfach mal in Nebel gespawnt, also es geht gar nicht. Ihr wisst ja, was passiert, wenn man in den Nebel kommt. Und ja, jetzt wünschte ich, dass es ein bisschen schneller laden würde. Aber anscheinend hat der andere wieder ein Kack-Internet. Deswegen müssen wir warten, warten, warten. Ich hoffe, der ist jetzt nicht AFK oder so einer. Ich entschuldige mich auch dafür, dass ich so lange keine Let's Plays mehr aufgenommen habe, beziehungsweise hochgeladen habe. Ich habe so viele Male was aufgenommen, aber es hat mir gepasst oder irgendwie sowas. Und ich hatte ja auch nie das Talent, eine gescheite Ansprache zu bringen. Entweder habe ich gestockt oder irgendeine Scheiße gelabert. Und dann habe ich einfach mal 10 Sekunden aufgenommen und wieder abgebrochen. Oder es passierte, dass jemand bei mir in der Aufnahme einfach mal reingekommen ist. Alter, das lädt jetzt viel zu lange. Ja, ich auch. Äh, wahrscheinlich haben wir wieder so ein inkompetentes Team. Es ist ja nicht so, dass ich auch inkompetent bin. Ja, ich gebe es zu, ich bin auch inkompetent. Aber nicht so inkompetent wie andere Leute, die einfach mal AFK sind während dem Zombie-Match. Also das ist ja nicht das Schlimmste, was man machen kann. Uns alleine lassen. Alter, das kann nicht wahr sein. Ich kann einfach AFK gehen, da bin ich genauso gut. Das kann aber jetzt wirklich nicht wahr sein, dass die Spaß den jetzt hat. Einer hat so ein scheißes Internet anscheinend, dass da nichts funktioniert. Warte auf andere Spiele. Hm. Leute, ich mache mal kurz einen Cut. Jawohl. Nee. Es hat schon funktioniert. Ey, der ist raus. Wow. Stimmt. Wow. Also gut. Ey, Maxi. Okay, er ist nicht AFK. Ja, die Farm-Map. Eine ziemlich geile Map. Der Erste, der 1.000 hat, der macht bitte die Tür auf, weil, ja, wie schon gesagt, wir brauchen die Tür. Und wir können nicht ohne leben. Messer lieber. Bro, Messer lieber. Okay. Ach so, das ist der Maxi. Ups. Aber war auch schon geschossen. Ich glaube, sogar Messern bringt mehr ein. Ich weiß es nicht. Hm. Da hinten ist einer. Ach, Mann. Äh, da bist du, hast du? Ich bin hinter dir. So, hinter euch. Sorry, wenn man meine Maus hört, oder etwas leiser meine Maus hört. Ähm, ich kann das nicht ändern. Das ist einfach mein Mikro. Ich glaube, es macht euch nichts aus. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Ähm. Hast du die 1.000 Euro? Nee, Maxi. Ich hoffe, er macht jetzt auf. Natürlich haben wir hier überhaupt keine Zombies. Oh, hier ist Buss. Der will das eh aufmachen, aber. Ja, dann mach halt du auf. Oh, du hast wirklich aufgemacht. Ja. Oh Gott, sind das viele. Okay, ich haue ihr ab. Ähm, Bro? Hm? Ich haue ihr ab. Ey, Alter. Das sind wieder zu viele Zombies. Und ich habe einfach keine gescheite Waffe. Ich, ich da auch nicht. Ich muss aufmachen. Oh, du brennst. Ähm, secure mich mal. Ach, achso, das ist der Maxi. Secure mich mal. Da hinten ist so ein... Von hinten. Jo. Weil da... Oh, da unten sind Zombies. Ey, der hat eine Panzerfaust. Was will er mit einer Panzerfaust anfangen? Das ist doch ein Witz. Ist ein Rumspiel. Ja, ich habe die geile Pistel. Oh, die ist praktisch. Ist die Kürchener oder? Ne, so eine... Das ist die zweite, diese Einzel... Ähm... Ist auch wieder so eine Einzelschuss. Aber die macht ziemlich viel Schaden. Oh, und wir haben Instacill drauf. Auch praktisch. Cool. Wow. Was war das? Der schießt mit einer RPG auch einfach mal nach mir. Läuft bei dem. Ich finde einfach keine Zombies. Na ja, es ist auch erst die zweite Runde. Deswegen... Repariere ich lieber die ganzen Sachen hier. Da bekommt man ja noch Geld. Jetzt haben wir kein Instacill mehr drauf. Oh, du weißt, wo ich bin, oder? Sie hören mich mal kurz. Alter, die macht einfach mal krass. One-Shot fast. Ach, du bist da oben. Ja, jetzt bin ich da hinten. Wir müssten fast die Häuser vermeiden, finde ich. Okay, da kommen jetzt viele. Das ist nicht sein Ernst, oder? Ich bin gerade wiedergelegen. Okay. Ey, so eine Scheiße. Oh Gott, da kommt einer von oben. Okay, der ist weg. Ich hasse jetzt, dass diese Zombies springen können. Das ist so... Nein, pass auf. Das ist die Nate. Nate, komm hoch. So. Das ist eine Scheiße. Warum wirfst du überhaupt Nate? Keine Ahnung, wo wir was anderes machen eigentlich. Wie die Zombies einfach aus dem Hühnerstall rauskommen. Das ist auch hammergeil gemacht. Ich spare jetzt für 6.000, damit ich so einen Schlagring bekomme. Ich hoffe, ihr bringt uns... Ich muss erst mal auf eine neue Waffe sparen. Ja, wie wär's? Ja, ich muss ja die Tür aufmachen. Oh, ich hab mal zwei. Würde ich jetzt halt nutzen, die Chance. Ja, wo sind die? Wahrscheinlich sind die da oben. Ja, natürlich ist es hier auch offen. Oh, Mann. Ja, vielleicht sind die doppelte Punkte wieder weg. Du hast einfach überhaupt kein Geld. Alter. Ja, genau. Jetzt sind die doppelte Punkte weg. Die sind immer noch da. Oh, jetzt sind sie weg. Oh, jetzt sind sie weg. Die sind eigentlich immer noch da gewesen. Oh, ich hab keine Money mehr. Oh, geil. Ich kann mir eine Waffe holen. Ich security dich mal schnell. Ja. Oh, dann doch nicht. Oh, da ist die Hammer. Was ist das für eine? Ähm, leichtes MG. Oh, gut. Alter, wie geil die Frauen auf mich sind. Oh, Gott! Hallo. Oh, hier ist... Alter! Verreckst du? Nein. Ich hab mich gerade nur erschrocken. Okay. Dann verreckst du wohl nicht. Okay, die vierte Runde fängt an. Du solltest mal aufpassen. Aber langsam wird das schwieriger. Jaja, Leute. Bei der vierten Runde fängt es schon an. Schwierig zu sein. Äh... Ich bin einmal gestorben. Der Maxi ist einmal gestorben. Aber Exilny ist noch nicht gestorben. Alter, Junge. Alter, nett. Oh! Also, ich liebe diese Pistole einfach. Ich brauch jetzt nur noch maximale Ammo. Das wär praktisch. Oh, Atombäume. Ich hab' jetzt... Was will man mehr? Ich sag' ich das Haus von unten. Jetzt brauch ich eindeutig ne andere Waffe. Ich sag' ich das Haus von unten, okay. Ja, wäre praktisch. Ähm, ich hole mir mal kurz eine andere Waffe, ja. Oh Gott, ich habe keine Muni mehr. Und ich habe die scheiß Waffe. Ich hole kurz mal eine andere Waffe. Jetzt erstmal schnappe ich mir hier. Oh Gott, da kommen die schon überall. Okay, oh, Granate. Granate. Oh, die Schrotze. Praktisch. Ähm, was machst du mit den Schrotten, mit den ganzen Granaten? Habe ich nicht geworfen, alle. Instant kill. Ich save das Haus wieder von... Oh. Weil er sich selber erwischt mit der Schrotze natürlich. Komm, hau drauf. Danke. Ich save das Haus von unten. Hast du schon tausendmal gesagt? Nein. Ach, ist doch egal. Alter, wie die Zombies einfach von dieser Seite nie kommen. Oh. Da kommt ja einer raus. Lol. Ihr nehmt mir schon die Kids weg. Was soll das? Hä? Ist ja gerade hochgesprungen. Ja, natürlich. Die springen. Lol. Ich liebe diese Pistel einfach. Aber es sind mir zu viele Zombies gerade. Oh, fast tot, fast tot. Fast tot. Fast tot. Fast tot. Oh, du bist tot. Ich kann dich jetzt nicht überweifen. Oh, Gott. Deck hier. Oh. Oh, geile Scheiße. Bist du irgendwo Jaggernaut? Nein, ich glaube nicht. Doch, ich hab doch erst gesehen. Wirklich? Das war schon eine krasse Runde, finde ich. Macht gerade wenigstens Spaß. Oh, Jaggernaut. Ich kaufe mir aber nicht. Wie viel kostet denn das? Ähm, so um die 2050 oder so. Okay. Schon etwas interessanter. Ja, doppel Schuss. Oh, Gott, die springen. Die springen. Okay, die scheiße. Die war für aber egal. Oh, ich bin angelegteres Film. Pass auf, die springen von oben. Hinter dir. Oh, Gott. Ach, nee, das ist der Maxi. Oh, die springen. Die springen. Ach, hinter mir. Nein. Oh, mein Gott. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ist das eine Verarsche? Bin kein Wichtig. Scheiße, Leute, was war das bitte? Keine Ahnung. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe vergessen, meine Waffe zu wechseln. Das war so scheiße, ganz ehrlich. Aber der Maxi hat auch etwas nicht aufgepasst, weil man weiß, dass die hier hochspringen. Ey, Junge, Junge, Junge. Machen wir noch ein Match, aber diesmal nicht auf dieser Map. Die ist etwas, wie soll man es sagen, anstrengend. Ja. Finde ich. Es ist eine der krassen Maps, aber die macht auch ziemlich viel Spaß. Deswegen zocken wir hier. Puh. Ich hoffe, euch gefallen die Let's Plays auch. Ich versuche, mein Beste zu geben mit der Zeit und mit dem Aim und alles Mögliche. Okay, das sind Overpolos. Ich hoffe, dass die nicht leften, weil so wie ich die kenne, die Leute, leften die gerne. Ich mache bereit, aber die leften wahrscheinlich. Ja, denke ich auch. Oh. Oh, nee. Machen sie nicht. Nette Kerle. Alter, nette Kerle. Das ist einfach so, Leute. Oh. Oh, bitch. Naja, netter Kerl. Ja, dieser Roster ist nett. Aber wir müssen uns jetzt anstrengen, dass wir nicht verrecken, ne? Muss man sagen. Oh. Ach, komm. Nein, Spiel beginnt nicht. Jetzt ist er auf einmal wieder da. Was noch, mein Freund? Er läuft sich trotzdem. Ja, ich weiß. Wow. Schon wieder die gleichen. Wow. Wow. Denken sie sich wahrscheinlich auch selber. Ey, cool. Wieder mit dieser. Okay, ist er geläftet? Ja. Oh, die leften natürlich wieder. Ey, das ist zum Kotzen, ganz ehrlich. Das kann nicht eher ernst sein. Wie es alles so ruhig ist hier. Ach Gott, der ist ein AFK-Spaß. Ich tritt dir bei. Du suchst jetzt eine App oder... Mach ein eigenes Spiel. Mach es aber leichter, bitte. Ich habe ein ans TWICE. Ich habe das einen Amgen. Das ist ja alles. Ja, ich habe Angst, ganz ehrlich. Ich habe Angst, ganz ehrlich. Ich bin rechts. Vielen Dank.